Ich habe mein Gefühl, 18 Farben auf dem Trikot hatten, um diese Farberkugel darzustellen. Ich finde es ein schönes Trikot, ich mag alle Trikots, weil alle Trikots sind irgendwie besonders und jedes Trikot aus seiner Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob es die Größe gäbe, dass es mir noch passen würde. Wie finden wir? Vielleicht die Version für Fans im Fanshop-Ansatz. Mach du mal auf Zelte?